Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur dritten Folge von Orbis Herarum Natura, dem Gemeinschaftszoo von diesen sieben Zoobauern. Und wo wir gerade die Namen hier sehen, der gute Hastobal ist leider erkrankt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall gute Besserung. Ich hoffe, ihr tut das auch, dann wird er mit Sicherheit wieder ganz schnell gesund. Und bevor wir jetzt hier loslegen, gibt es allerdings noch eine Sache, die wir natürlich auflösen müssen, nämlich die Quizfrage. Von der letzten Folge. Diese hieß, wie viele verschiedene Tierarten haben wir gesehen? In den Kommentaren wurde da schon ganz viel diskutiert, ganz viele verschiedene Antworten. Ich habe nämlich nicht ganz so genau ausgedrückt, weil damit waren eigentlich nur die Nicht-Vivarientiere gemeint. Habe ich dann später auch in die Kommentare geschrieben. Und dadurch, dass die Antwort jetzt so uneindeutig war, lasse ich einfach sehr, sehr viele Antworten gelten. Also eigentlich habe ich gezählt 11 bis 12, also eins von beiden, je nachdem, ob man den schwarzen Phantom mitzählt oder nicht. Aber ich werde einfach so alles 11, 12, 13, je nachdem, was ihr geschrieben habt, alles gelten lassen, ob ihr die Vivarientiere reingerechnet habt oder nicht. Das macht rein gar nichts. Und jetzt blende ich mal eben alle Gewinner ein. Und diese drei Leute, die haben einen 15 Euro Amazon-Gutschein gewonnen. Meldet euch einfach bei mir im Discord, dann bekommt ihr diesen. Und jetzt würde ich sagen, los geht's mit Orbis, Terrarum, Natura. Hier hatten wir beim letzten Mal aufgehört. Hier haben wir nochmal die wunderschöne Karte. Leider sind durch das Updates alle Mods kaputt gegangen und dadurch sind hier die ganzen Bilder nicht mehr von dem schwarzen Panther, dem Erdmännchen und so weiter. Aber das macht nichts, weil diese Bereiche hatten wir ja schon abgeschlossen, zum Glück. Diesmal geht's, glaube ich, wir sind, glaube ich, gerade irgendwo... Ach, hier ist ja der Kreis. Hier sind wir gerade. Das heißt, es geht jetzt wahrscheinlich gleich zu Villa India, zu den Hills. Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Roter Panda haben wir gesehen. Panda haben wir auch gesehen. Oh, der Koala ist neu. Ja, von dem Australien-DLC sind auch einige Tiere drin. Finde ich mega cool. Da hatte Jesse noch dazu geschrieben, dass da teilweise die Tiere noch zwischengequetscht wurden und das dann nicht ganz so mega gut aussehen. Das werden wir dann gleich sehen und berücksichtigen, natürlich. Ich freue mich aber sehr, dass ihr euch noch die Mühe gemacht habt und die neuen Tiere eingebaut habt. Was war das denn hier nochmal? Ach ja, das war der Yapa-Makak. Ich erinnere mich. Ist schon ein bisschen her für mich. Das ist das erste Video, was ich aufnehme nach dem Urlaub. War ja in Dänemark eine Woche. Die FPS merke ich auch schon so langsam, weil der Zoo ist natürlich sehr, sehr groß. Müssen wir mal schauen, ob das Ganze noch spielbar ist. Diesmal können wir auch den lilanen Fußabdrücken folgen, zum Glück, damit wir uns nicht verlaufen. Da brauchen wir noch nicht auf die Schilder achten. Weil hier gibt es schon mal sehr, sehr viele Wege, die sich hier auch so ein bisschen entlangschnörkeln. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, wir sollen erst hier rechts, ne? Tiger House. Uh, das klingt ja interessant. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts falsch. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus hier mit den Blumentöpfen. Das Schild sieht auch cool aus hier. Ich habe mich immer gefragt, wie man diese Schilder, die so von oben nach unten geschrieben sind, gut benutzen kann. So sieht das wirklich wunderbar aus. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier scharf abbiegen. Ah, da oben ist auch schon Deko. Ist das nicht ein Jaguar? Ich glaube schon. Aber ist wirklich super schön gestaltet. Auch alle Bordsteine und sowas. Wenn es ab und zu mal so ein bisschen lag, da kann ich nichts dafür. Das sind leider die Ladelags von Planet Zoo. Ich hoffe ja immer noch auf dem Performance-Update. Ich bin da echt traurig drüber, dass das Spiel so schnell einknickt. Ihr seht ja, das macht es halt echt ein bisschen unangenehmer. Normalerweise müsste man halt den Zoo besichtigen in pausierten Modus. Dann würde es besser sein. Aber dann ist die Atmosphäre natürlich nicht so schön. Aber die Ladelags hier sind ja grausam gerade. Sieht aber echt schön aus. Guckt euch das mal an, wie schön das hier gestaltet ist. Das sieht echt super aus. Dann die ganzen Treppenstufen mit den Felsen. Das sieht wirklich cool aus. Im Hintergrund auch ein sehr schön gestaltetes Haus. Sehen nur leider keine Tierchen. Wie immer haben wir Pech mit den Tieren. Aber echt ein richtig schöner Ausguck hier. Würfte der Königstiger sein. Sind wahrscheinlich wieder am Schlafen. Kann man nichts machen. Gehen wir mal weiter. Jetzt geht es hier links entlang. Ich hoffe wirklich, dass ich es richtig mache. Ich habe echt keine Ahnung. Ist das hier auch noch Tigergehege? Ich glaube schon, ne? Da waren wir gerade. Und dann können die hier auch noch runter gehen. Also die haben hier wirklich eine Menge Platz. Die Barriere sieht auch sehr cool aus. Mit dem Bambus gebaut. Und dann hier eine schöne Glasscheibe. Ist auch hier wunderschön gestaltet. Ach, wie toll. Richtig Dschungel-mäßig hier. Ich finde das auch cool, dass ihr hier so grüne Barrieren verwendet habt. Dadurch sieht das noch natürlicher aus. Jetzt mal hinein hier. Würde die Tiger sehen. Das kann doch nicht... Ah, da kommen sie. Ein Baby. Oh, wie süß. Das mit diesen Stufen finde ich echt richtig nice. Hello. Das hier scheint der Innenbereich zu sein. Die Decke sieht auch wieder sehr cool aus. Ja, jetzt gehen wir aber normal weiter. Ich schweife sowieso schon immer so viel ab. Ich glaube tatsächlich auch, dass es eine sehr lange Folge werden wird. Weil in der E-Mail stand, dass das schon eine Stunde dauern könnte hier. Kann auch sein, dass wir zwei Folgen daraus machen. Da bin ich mir noch unsicher. Je nachdem, wie das Ausmaß ist. Ah, hier kann man auch nochmal so ein bisschen runtergucken. Und mit etwas Glück die Tiger sehen. Ach, das ist... Ne, das ist nicht das Haus. Wartet mal. Das ist das Haus, wo die Tiger reingehen? Ach, das ist doch das Haus. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Dann bin ich doch nicht verwirrt. Das ist ja cool. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hier geht es dann auch hinauf. Richtig toller Baustil. Schreibt mir richtig gut. Sieht so ein bisschen aus, als wenn das hier golden wäre. Dieses Sandgestein aus Indien. Kombiniert mit dem Weiß. Hier können wir dann nochmal das Gehege sehen, was wir gerade schon gesehen hatten. Wo wir uns schon reingesneakt hatten. Sieht echt wunderschön aus. Mega cool gemacht. So viel Liebe zum Detail. So, was haben wir hier? Hier ist ein Vivariumstier. Ein Frusch. Boah, das sieht ja auch cool aus hier. Schaut euch mal die Decke an. Das ganze Gebäude ist so nice. Ich finde das ja echt immer schwer, solche Gebäude zu bauen, die so nice aussehen. Aber ihr habt das echt super hingekriegt. Richtig tolles Feeling hier. Auch hier schön die Bepflanzung in der Mitte. Hier auf der Seite haben wir die nächsten Tiere. Ganges Gaviale. Auch mit einem wunderschönen Innengehege. Mit Swimmingpool. Mega cool bepflanzt. Und auch die Wand sieht cool aus. Sorry fürs Handy-Vibrieren, falls ihr das gehört habt. Ich gehe gleich mal kurz auf lautlos. Das sieht echt richtig gut aus. Weiter geht's. So, um das Handy habe ich mich mal eben gekümmert. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's wieder ein ganzes Stück zurück. In der E-Mail stand übrigens auch, dass die Wege teilweise ein bisschen langwierig sind. Aber das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn man mit sieben verschiedenen Leuten Zoo baut. Das dann alles zu kombinieren und so. Das ist nicht so einfach zu managen. Aber ich finde, bis jetzt habt ihr das echt gut gemacht dafür. Ich finde das auch irgendwie interessant hier mit den Wegen. Glaublich, dass hier diese Fußstapfen sind, verlaufe ich mich ja wenigstens nicht. Ich habe die, glaube ich, auch so platziert, damit ich möglichst wenig übersehe. Das ist echt hilfreich. Oh, was haben wir denn hier? Das sind doch auch neue DLC-Sachen. Ja, dieser Container, der ist schon komplett neu aus dem Australia-Pack, oder nicht? Auch die Wände und sowas. Was uns hier für ein Tier erwartet. Oh, da sind die Koalas. Oh, wie nice. Oh, die klettern den Baum hoch. Oh ja, da gehen wir schnell hin, Leute. Will ich sehen, wie er frisst. Habe ich noch nie gesehen, die Animation. Hinau auf mit dir, mein Kleiner. Will sehen, dass du Eukalyptus frisst. Guckt ihn euch an. Also dafür könnt ihr mal ein Like da lassen, für den Süßen. Mega niedlich. Das ist ja cool. Das habe ich noch nie gesehen, die Animation. Oh, wie toll. Ich liebe die neuen Tiere von dem neuen DLC. Das ist einfach mega wundervoll, wie er da im Baum hängt. Würde ich den ganzen Tag beobachten. Ah, okay. Auch ein sehr interessantes Gehege. Sehr steinig. Sieht aber interessant aus. Da sind auch die ganzen neuen Pflanzen und sowas drin. Hier ist der Mitarbeitereingang auch mit so einem Container. War wirklich schön gemacht. Dafür, dass ihr das noch auf die Schnelle reingebaut habt. Gefällt mir richtig gut. Schon der nächste Koala. Das ist immer toll, wenn man die neuen Tiere ja auch zu Gesicht bekommt. Sind wir hier nochmal zurück? Ich glaube nicht. Aber ihr seht schon, da ist überall so viel Liebe zum Detail. Wirklich alles ist so schön gestaltet. Nur mal ein kleiner Wasserbereich. Das ist echt toll. Nach dieser Folge wird das dann auch, also wenn das die letzte Folge ist, wird der Zoo ja auch im Workshop hochgeladen. Dann könnt ihr euch das nochmal ein bisschen genauer angucken. Weil ich werde hier mit Sicherheit viele Sachen übersehen. Was ist das denn? Warte. Was denn habe ich das? Oh mein Gott, das ist ein Heißluftballon. Oh, wie nice. Das ist ja cool. Liebe Heißluftballons. Aber ich würde niemals mit so einem Ding fahren. Finde ich voll gruselig. Da muss ja nur ein Vogel oder so reinfliegen, oder nicht? Keine Ahnung. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich mir vorstelle... Wie sind die nächsten Tiere? Wenn ich mir echt vorstelle, da fliegt ein großer Vogel rein mit seinem Schnabel in den Ballon. Ich würde ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie gefährlich das ist. Ameisenbären haben wir hier. Sieht aus wie so eine kleine Ranch. Also auch richtig schön mit so einem Windrad und so einem kleinen süßen Ranchhaus. Oh, auch sehr cool gemacht hier. Oh, das sieht toll aus. Mal dann rüber gucken und da sind die Ameisenbären. Im hohen Gras. Auch wirklich wundervolle Tiere. Das sieht echt toll aus. Dann geht es hier rechts. Oh, wie so ein Fußabdruck grau. Ah, hier kann man auch nochmal gucken. Haben wir nochmal ein bisschen besseren Überblick, weil es ein bisschen erhöht ist. Das ist echt cool. Auch hier diese ganzen kleinen Felsen. Hier wieder Wasser. Und das ist eins der Highlights, glaube ich. Wenn ich es richtig sehe. Ist das die Villa India? Ich hoffe. Steht auf jeden Fall drin, dass die endisch nachgebaut wurde und nicht aus dem Workshop ist. Weil die hat wohl mal irgendein anderer größerer YouTuber gebaut und die wurde nachgebaut. Sieht mega schön aus. Ist das hier ein Gehege? Oh ja, hier sind Kapuzineräffchen. Ach, wie toll. Ich liebe ja auch diesen indischen Baustil, ne? Mit diesen ganzen bunten Häusern und Farben. Ah, da springen sie. Richtig cool. Auch alles, dass es hier so mit Wasser ist und sowas. Dann hier so eine kleine Insel. Gehen wir da mal rein. Ich versuch's mal. So, da bin ich. Die FPS lassen leider echt ein wenig nach. Da kann man nichts machen. Da kommen die Kapuzineräffchen gelaufen. Jumpen in Zeitlupe teilweise. Ja, das ist ja cool. Das ist hier einfach ein gesamtes Gehege. Diese Villa. Gut, hier flackert's ein bisschen. Aber dadurch, dass man hier eigentlich nicht hingeht, finde ich das nicht schlimm. Vom Weiten hat man das nicht gesehen. Deswegen habt ihr das wahrscheinlich auch nicht korrigiert. Gehe ich von aus. Und weiter geht's. Wir haben noch viel zum Decken. Hier müssen wir uns ein bisschen dran halten. Und das sind ja auch süße Häuser hier. Als Deko. Das auch noch mal so eins. Hier ist auch mal so eine kleine freiere Fläche und Wiese. Finde ich aber nicht verkehrt. Ist auch mal ganz schön als Abwechslung. Und hier seht ihr noch mal die wunderschöne Villa India. Von einer anderen Perspektive. Das ist echt wunderwunderschön. Fühlt mir richtig gut. Kann man sich hier hinsetzen und ein Foto machen. So ein Selfie. So die perfekte Perspektive. Oh, noch mal ein schönes Gebäude. Ah, das ist der Innenbereich, glaube ich, für die Kapuzineräffchen. Auch wunderschön gestaltet. Ja, da sind sie. Hier könnt ihr dann chillen. Oh, die haben voll das Luxushaus. Die haben hier alles. Teppiche, Spielzeuge, eine Hängematte, einen Ofen. Denen geht es hier richtig gut. Wunderschön gestaltet auch hier das Häuschen. Da sitzen so die Äffchen. Auch cool mit diesen Balken an der Decke. Das mag ich richtig gerne. Und oben auch wieder ein Glasdach, damit natürlich das Licht reinkommt. Megaschön. Weiter geht's. Geht's jetzt entlang. Oh, hier geht's nach rechts. Aber hier steht was. Welcome to Indonesia. Oha. Was ist das? Ineka, Tungal, Ika. Unity in Diversity. Okay. Ich habe keine Ahnung. Zusammenhalt in... Heißt Diversity? Schreibt's gerne in die Kommentare. Weiß ich gerade nicht. Oh, hier ist ja alles abgesperrt. Okay, aber ich darf hier durch. Hier sind auf jeden Fall Fußstapfen. Oh cool. Hier ist eins dieser Hexenhäuschen, sage ich mal, die wir gerade gesehen haben. Mega schön gemacht hier mit den Ruinen und dann diesen coolen Dungelbäumen. Das Dach auch so bewuchert. Es sind sogar Felsen drin. Gehen wir mal hinein. Ja gut. Nach innen sollen wir dann doch nicht gehen. Gehen wir weiter. Dann geht's nämlich hier links entlang. Durch dieses Tor. Warte mich, ob das hier ein begehbares Gehege ist oder warum ist hier so ein Tor? Sind wahrscheinlich nochmal Mitarbeitergebäude. Gehe ich von aus. Ist das schon ein Gehege? Oh, hier ist echt ein Gehege. Oh, was sind da? Springböcke? Springböcke. Ich hatte übrigens in der letzten Folge mal wieder die Böcke falsch gesagt. Das waren natürlich Gabelböcke. Mir sogar schon im Schnitt aufgefallen. Oh, das ist wirklich ein begehbares Gehege. Oh, wie schön. Das ist ja cool. Hier ist auch so ein kleiner, süßer Weg. Sowas finde ich auch immer toll. Wenn man mit Felsen so einen Weg macht. Finde ich auch echt schön, wenn man sowas im Garten hat. So einen Weg. Hier auch wieder schön mit Höhenunterschieden gearbeitet. Sieht echt cool aus. Mega nice. Hier alles noch Gehege, ne? Ja. Werden sogar von kleinen Bambi verfolgt. Voll süß. Oh, hier ist so ein kleiner, süßer Brunnen. Wenn die dann trinken. Das ist ja auch toll. Und hier schlängelt man sich dann so ein bisschen hoch in dem Gehege. Ziemlich groß. Also die haben echt viel Platz zum Rumtoben. Und hier geht es dann wieder hinaus. Auch eine sehr schöne Lösung, muss ich sagen. Fällt mir. Jetzt sind wir nochmal oben und können mal runterschauen. Okay, Leute. Ich hatte vorhin eine Sache vergessen. Die schiebe ich nochmal eben jetzt hier zwischen. In der E-Mail stand nämlich, dass die Koalas und die Kängurus namentlich benannt wurden. Das wollen wir natürlich noch schnell herausfinden, wie die heißen. Vielleicht wurde ich ja auch verewigt. Wer weiß. Vielleicht auch einer von euch. So, da haben wir den ersten Dandy. Okay. Da sitze ich. Im hohen Gras. Kriege irgendwas über den Kopf gekippt. Danke für die Essensdusche. Sehr schön. Okay, wen haben wir denn hier noch? Mal schauen. Wer hier mit im Gehege haust. Ach, Miri ist auch hier. Hier sind süße Koalas. Wie toll. Da ist die liebe Miri. Dafür hat es sich ja schon gelohnt. Sind das nur zwei? Ah, das sind nur zwei. Okay. Ja. Dann die und Miri. Vielleicht kriegen sie ja irgendwann ein süßes Baby. Wer weiß. Ja, das ist mir gerade noch kurz in den Sinn gekommen, dass ich da was vergessen hatte. In der E-Mail stehen sehr viele Dinge. Kann gut sein, dass ich davon das eine oder andere vergesse. Ich hoffe nicht. Versuche an alles zu denken. Ich gebe mein Bestes. Aber ihr kennt ja mein Gedächtnis. Ich vergesse eigentlich immer alles. Bin jetzt ja auch 30, ne? Jetzt darf ich das. Bin jetzt offiziell Opa. Boah, wunderschön hier gemacht. Boah, wie cool. Aber sowas liebe ich ja, wenn man unter so Ranken hindurch geht. Genießt es einfach mal, wenn man hier langläuft. Finde ich ein tolles Feeling. Ah, mega schön. Finde ich richtig toll. Dann auch noch ein Gewässer. Da hinten fließt das auch noch runter. Aber im Hintergrund die Berge. Das ist auch richtig schön gemacht. Also ich glaube, wir sind hier sehr, sehr hoch. Aber wir gehen ja auch gerade den Berg hinauf. Das ist auch alles richtig schön gebaut hier mit den Treppen. Sieht mega gut aus. Und verziert auch hier überall. Ah, wie cool. Da geht es gleich durch ein Tor. Aber erstmal genießen wir hier die Aussicht. Ich wünsche, man könnte durch solche Dinger durchgucken. Das wäre echt cool. Das ist schön. Da ist der Heißluftballon. Das ist hier aber auch alles so gemacht, dass man gar keine freie Fläche sieht, ne? Also überall ist Wald. Im Hintergrund die Berge. Das ist echt wunderschön. Guckt euch das an. Herrlich. Hier wäre ich jetzt gerne in echt. Genau an diesem Punkt. Gucken wir auch nochmal rausgucken in die Ferne. Hier waren wir auch, glaube ich, schon, ne? Das ist, glaube ich, Elefantengehege. Ich glaube schon. Das war dieses Asia-Haus. Gehen wir mal hinein hier. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich sehe schon das erste Tier. Aldabra Giant Tortoise. Okay. Die Aldabra Riesenschildkröte. Oh, das ist die nicht. Das ist ein Vari, oder? Ein roter Vari. Ja. Das heißt, wir sind hier in einem begehbaren Gehege. So, wie es aussieht. Ja. War das der Vari, der so ein Geräusch macht? Weird. Ah, hier sind die Schildkröten. Okay, das ist ein Vari-Schildkröten-Gehege. Finde ich auch sehr cool. Sehr witzig, wenn die Tiere miteinander interagieren könnten. Zum Beispiel so ein Vari auf einer Schildkröte reitet oder so. Würde ich cool finden, wenn es solche Animationen geben würde. Ich hoffe, du schläfst noch. Hungrig. Okay, die lebt noch. Wacht bestimmt gleich auf. Ich kriege hier gerade schon frisches Wasser. Ja, auch coole Baumwahl hier. Wenn man hier so unter den Ästen durchläuft. Richtig schön gemacht. Hier auch alles fein säuberlich abgesteckt. Mit Baumstemmen. Ah, hier gibt es Essen, Trinken und Toiletten in der Mitte, ne? Ja. Also alles, was man braucht. Sehr cool. Dein Dazwischenstopp hier. Auch ein schönes Haus. Ich würde ja gerne mal wissen, ob die hier wirklich reingehen. Auf jeden Fall interessant, solche kleinen Schlafhütten zu bauen. Red, Puffet, Lemur. Mach mal so eine kleine Schlafhütte. Vielleicht sehen wir ja gleich noch einen kleinen Racker da. Ich glaube, das hier ist einfach so, damit die hier rein und raus können. Da sind immer diese kleinen Lücken. Und die Schildkröten können ja nicht so gut klettern wie die Äffchen. Ja, da oben sind auch so Schlafhütten. Das ist ja süß. Death only. Wir gehen natürlich trotzdem hinein. Einmal gucken. Sieht auch wieder richtig schön aus. Im Hintergrund wieder ein riesiger Berg. Der ist auch selber gebaut. Schauen, was uns da erwartet. Ist das hier auch alles noch begehbar? Warte mal, wo ist denn das geendet? Keine Ahnung. Die können hier halt wirklich hin, die Tiere. Ich glaube aber, die würden halt nicht ausbüxen, weil es hier wahrscheinlich kein Butter und Trinken mehr gibt. Deswegen haben die wahrscheinlich keinen Grund, hier hinzulaufen. Hier sind die Zwergkippus. Oh, auch coole Felswand. Nice aus. Splash Zone. Wie muss ich das verstehen? Oh, hier ist das Gehege. Was heißt denn Splash Zone? Sieht auch sehr schön aus. Mega cool angepinselt hier vom Boden und Terrain. Echt schön gestaltet. Und die Felsen cool. Hat irgendwie was. Dieser Berg. Sieht auf jeden Fall besonders aus. Hier ist auch ein sehr cooles Haus. Sieht auch richtig schön aus. So richtig schön geschwungen alles. Abgerundet. Wäre immer schwer zu bauen. Sieht aber super, super interessant aus. If only. Das hier gehen wir wahrscheinlich nicht lang, ne? Okay, das ist der Mitarbeiter. Wir gehen mal hinein hier in das schöne Häuschen. Das Hippohaus. Oh, wunder, wunderschön. Wirklich. Dieses geschwungenen Stützpfeiler. Das sieht so nice aus. Dann hier oben. Was ist das hier? So ein Planetenhimmel. Ein bisschen so aus, ne? Sieht wahrscheinlich auch beleuchtet richtig cool aus. Oh, und der Boden. Das ist auch cool. Alles mit so einzelnen Steinen. Ist das nicht so ein bisschen Marmor? Ne. Nennt man denn diese Steinchen? Ich weiß es gar nicht. Kenn die auf jeden Fall. Habe ich den öfter in echt gesehen. Richtig cool. Hier ein klingendes süßes Hipposchild. Da geht es nach unten. Leider sind die Hippos gerade nicht da. Wie frech. Verstecken sich. Sieht aber echt schön aus. Ich finde das echt cool, dass so eure verschiedenen Baustile hier alle so kombiniert sind. Was sind denn die Hippos? Ja. Jetzt seid ihr alle draußen. Wo ich gerade draußen war, wart ihr nicht da. Sie haben mich ausgetrickst. Ich sag's euch. Wir gehen wieder hinauf. Und dann schauen wir nochmal von außen. Jetzt sind sie nämlich alle da. Jetzt toben sie alle hier draußen. Im Hintergrund sieht man wieder den Heißluftballon. Und weiter geht's wieder zurück. Hier entlang. Sieht alles so cool aus. Ich finde es auch cool, dass die Wege mal so hoch runter gehen. Aber nie zu steil sind. Aber da sieht man die nochmal. Auch ein tolles Highlight. Wäre cool, wenn man sowas im Bewegt machen könnte. Solche Objekte. Es gibt ja jetzt das Mecharu, oder wie das heißt. Erste bewegte Eco-Objekt. Cool. Jetzt sogar so Sandsecke und alles. Wer würde damit fliegen? Ich nicht. So. Hier ist die Nummer 6. Und an dieser Stelle schauen wir uns den Bereich 5 nochmal von oben an. Hier sind wir gestartet bei dem Schild. Hier ist das Japan-Makak-Gehege. Und hier sind wir dann entlang gelaufen. Könnt ihr jetzt mal von oben sehen. Das Ausmaß, wie viele Bäume hier sind. Das ist schon echt krass, ne? Wie viel hier gestaltet wurde. Aber wir fliegen mal ein bisschen weiter runter. Dass wir den Überblick nicht ganz verlieren. Ich glaube, als erstes sind wir hier rechts lang gegangen, ne? Ja. War nämlich hier das Tiger-Gehege. Da waren wir hier oben. Ja, das ist auch echt cool gemacht hier. Mit diesem Blumenbeet davor noch. Und dann diesem Geländer, dass man da nicht reinfällt. Man hat auf jeden Fall gut geschützt gegen Tigerangriffe. So sieht das Ganze von oben aus. Ich finde es auch immer krass, wie viele Höhenunterschiede in solchen Gehegen sind. Das ist ja immer nicht so einfach umzusetzen. Das habt ihr aber wirklich richtig, richtig schön gelöst. Gerade mit diesen Treppenstufen finde ich das immer sehr toll. Hier ist auch so viel Liebe zum Detail drin. Überall, wo man hinguckt, ist alles wirklich per Hand wunderschön gestaltet und platziert. Hier ist immer so ein kleiner Unterstand für die Tiger. Wir legen natürlich auch gleich nochmal rein. Ist auch echt groß, ne? Also hier gibt es echt viel zu entdecken. Sogar hier hinten sind Treppenstufen. Ja, wo man eigentlich gar nicht hinguckt. Hier geht es dann hinein. Das Tiger-Häuschen in den Innenbereich. Hier wartet auch schon der Tiger. Auch so wunderschöne Tiere, ne? Richtig, richtig toll. Und mit Baby. So süß. Das Gebäude schauen wir uns gleich auch nochmal eben von oben an. So. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte das machen. So sieht das Gebäude von oben aus. Finde ich ja auch richtig schön. Farbkombination gefällt mir gut mit diesem roten Dach. Dann dieses Weiß, Braun, Gold. Das ist cool. Und natürlich Glasdächer. Glasdächer finde ich auch immer super wichtig. Weil dadurch kommt einfach richtig schönes, natürliches Licht rein. Und auch hier nochmal ganz kurz reinfliegen. Ja gut, da waren wir ja schon drin. Brauchen wir eigentlich nicht machen. Hier sind wir dann auch noch hochgelaufen. Einmal hier rum. Und bei Nacht wollen wir natürlich auch nochmal schnell hier in das Haus reinfliegen. Ob das beleuchtet ist. Oh, das ist super beleuchtet. Ein paar Fackeln. Das ist doch sehr schön. Hier drin ist nicht beleuchtet. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Weil, ja, die Tiere, die muss man ja nicht in der Nacht, wenn sie schlafen wollen, auch noch dem grellen Licht aussetzen. Vor allem scheint hier auch so schön das Mondlicht rein. Das reicht ja eigentlich auch aus. Gangskaviale hier auch am Planschen. Sind die eigentlich raus? Oder haben die nur so ein Ingege? Das habe ich gar nicht ganz nachgeguckt. Ich glaube, die haben nur so ein kleines Ingege, ne? Ja. Die haben einen relativ kleinen Bereich. Aber das ist, glaube ich, auch nur ein Gangskavial, ne? Ja. Der nächste Bereich, das waren ja hier die Koalas. Wurde ja noch schnell dazu gebaut, das Gehege. Finde ich richtig cool. Dass wir hier noch die neuen Tiere auch zu Gesicht bekommen. Ist auch irgendwie echt cool. So ein sehr felsiges Gehege. Aber finde ich nice. Dann schön auch die Eukalyptusbäume. Haben wir ja auch zum ersten Mal vorhin gesehen. Hier so als Unterstand hat man dann solche Schiffscontainer. Bietet sich auch an. Auch in den Containern ist schön gestaltet. Und hier vorne wurde natürlich auch so ein schöner Container benutzt als Mitarbeitergebäude. Hat mir sehr gut gefallen. Dann ging es hier weiter. Ich glaube auch nicht, dass da beleuchtet ist. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht bei Nacht checken. War zumindest jetzt nicht so aus. Das ist auch nochmal ein schöner Fluss. Wasser finde ich auch immer super wichtig. Man kann sogar hier hinten hinfliegen, was man gar nicht sieht. Selbst hier ist alles so detailreich. Also ich kann euch nur ans Herz legen, bei der letzten Folge in die Videobeschreibung zu schauen. Und dort könnt ihr dann den Zoo mal selber runterladen und ausprobieren. Könnt ihr ja auch alle kleinen Details noch selbst erkunden. Finde ich auch mega schön. Sieht das Gehege von oben aus. An die Ameisenbären. Ne, Nasenbären, ne? Ah, warte mal, jetzt bin ich lost. Ne, große Ameisenbär. Was ist denn der Unterschied? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So schön aus. Auch die Pflanzenwahl. Hier hinten ist auch alles richtig schön abgesteckt. Innenbereich für die Tiere ist natürlich auch vorhanden. Die können hier reingehen. Hier ist das wunderschöne Ranchhaus. Sowas ist auch schade, dass sich solche Objekte nicht drehen können. Wäre noch ein Traum, ne? Wenn man sowas beweglich machen könnte, würde nochmal ordentlich Atmosphäre reinbringen in das Spiel. Das sieht auch hier wunderschön aus. Bei Nacht ist das Ranchhaus so ein bisschen im Hintergrund beleuchtet. Und natürlich scheint der Mond und die Scheinwerfer vom Auto nicht cool. Muss ja auch nicht alles immer so hell angestrahlt sein. Sieht schon sehr atmosphärisch aus. Der nächste Stop ist natürlich hier die Villa India. Die ist ja auch ein echtes Highlight. Aber die ist ja nachgebaut. Macht aber ja nichts. Wirklich wunderschön geworden. Die Gebäude sehen so nice aus. Ist auch so viel Liebe zum Detail drin. Und so ein Deko-Element hier auch mit Schmetterlingen und 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 und. Das ist echt schön. Dann hier vorne noch so ein kleines Affengehege draus gemacht. Alles schön mit Wasser. Und hier haben wir sogar eine Hängematte. Er schläft sogar auf der Hängematte, der Affe. Och wie süß. Eine riesige Hängematte aus Holz. Ja auch wunderwunderschön. Diese Ecke hier finde ich auch besonders toll. Da hat der vorhin auch reingeguckt. Ist auch cool, dass hier nochmal so ein Holzbalken ist. Wenn man von dieser Seite guckt, das sieht so nice aus. Und bei Nacht seht ihr dann die ganzen Fenster. Da sind beleuchtet. Und so im Hintergrund so ein paar Äffchen. Zumindest die Schatten von den Äffchen. Dann ging es als nächstes nach Indonesien. Ege finde ich auch richtig cool. Dass das so auf verschiedenen Höhen sich sozusagen hochschlängelt. Und hier die Mauer sieht auch sehr nice aus. Da ist man hat hier eine Ebene. Dann geht es hier wieder so ganz leicht nach oben. Und die nächste Ebene für die Tiere. Vorne. Da haben sie dann nur noch Trinken. Und dann geht es wieder weiter nach oben. Das ist auch echt schön gestaltet. Hier diese ganze Mauerarbeit. Das sieht so cool aus. Das hier ist auch echt ein Highlight. Diese Blumenbeeten auf den verschiedenen Höhen. Alles abgerundet. Sieht wirklich wunderschön aus. Hier die ganzen Ranken. Schon heftig, ne? Auch wunderschöne Felsarbeit. Mega toll gemacht. Dann sieht es von oben aus. Und dann ging es hier vorne in den Bereich. Mit diesem tollen Bogen. Der so schön überpflanzt und überwuchert ist. Wo wir ja vorhin durchgegangen sind. Auch echt schön. Cool, dass hier dann nochmal so ein Gewässer ist. Das ist eine schöne Lösung, ne? Wenn man dann mal so einen langen Gang hat. Wo man eine längere Strecke überbrücken muss ohne Tiere. Dann so zu lösen. Dann kann man das nämlich trotzdem genießen. Hier war dann diese echt coole Aussichtsplattform. Schaut euch hier mal den Wald an. Holy shit. Hier ein krasser Wasserfall. Der auch wunderschön ist. Hier, das ist echt mega schön. Richtig toll. Hier war dann der Eingang. In den nächsten Bereich. Aber natürlich checken wir auch das hier noch bei Nacht. Das ist nämlich auch schön beleuchtet. Denn hier in diesem Geländer sind überall diese kleinen süßen Laternen. Und kann man die Laternen nennen? Eigentlich schon, ne? Oder eher Fackeln. Nee, Laternen. Eingebaut. Sieht auch super schön aus. Mega atmosphärisch, wenn man hier durchfliegt. Ich finde ja auch die Wand hier richtig schön. Und diese ganze Erzierung. Das sieht so toll aus. In dem Gehege davor war übrigens nichts besonderes beleuchtet. Deswegen hatte ich euch das vorhin nicht gezeigt. Oh, hier die Brücke. Können wir uns auch nochmal anschauen. Auch wunder, wunderschön. Und dann geht es hier durchs Tor. Ah ja, das war das begehbare Gehege. Mit den Varis und Schildkröten. Und ich glaube, da werden wir gar nicht viel sehen. War nämlich sehr tief im Wald drin. Und die ganzen Baumkronen im Weg. Aber richtig cooler Baum hier. Was ist denn das für einer? Ein Bumbu-Baum. Okay. Noch nie gehört. Der war wunderschön aus. Ein richtig guter Baum. Für so eine, ja, Mittelstelle. Wo dann die Äste über den Weg ragen sollen. Was macht sie denn da? Alles okay, Schildi? Oh, die kann klettern. Boah. Bin beeindruckt. Nicht schlecht. Hier werden wir wahrscheinlich nicht viel von oben sehen. Ich denke nicht. Vielleicht wird es gleich bei Nacht nochmal ziemlich cool aussehen. Was auch ein riesiges, begehbares Gehege. Was mich hier gerade noch interessiert ist, wo denn die Grenzen für die Tiere hier sind. Oh, hier vorne ist Ende. Okay. Das heißt, die Schildkröten werden da auch nicht viel weiter gehen. Nee. Aber warum ist hier Ende? Hm. Den Trick könnt ihr mir gerne mal verraten, weil hier ist ja eigentlich nichts im Weg. Finde ich interessant. Ja, bei Nacht war der Dschungel gerade leider nicht wirklich beleuchtet. Aber das macht ja nichts. Hier war jetzt das Hippo-Gehege. Finde ich auch cool. Das Gebäude gefällt mir richtig gut von der Form. Mega schön, dass das so abgerundet ist. Auch das Dach sieht super interessant aus. Manchmal flackern die Sachen so ein bisschen, wenn man rauszoomt. Das kann man leider nicht ändern. So sieht das normalerweise aus. Finde ich immer schön, wenn man das so abrundet. Auch hier die Seitenwände sehen super interessant aus. Ist natürlich mega klug, weil dadurch kommt super viel Sonnenlicht rein. Glasdach und dann an der Seite alles offen. Das ist dann echt praktisch, wenn das ausgeleuchtet ist. Ich bin gleich mal bei Nacht gespannt, ob das innen drin wirklich so ein Sternenhimmel ist, der leuchtet. Weil hier sind ja überall dieses... So ein bisschen aus wie Planeten, ne? Oder täusche ich mich da? Finde ich schon. Da oben sind auch, glaube ich, Lampen drin. Guckt euch das mal an. Cool das aussieht. Das feiere ich. Weil das Gehege ist natürlich auch nice, ne? Hier ist der Poolbereich. Die Planschen können. Hier ist ja auch Underwater Viewing. Und auch ein riesiges Gehege. Und auch dieser riesige Berg. Der Berg ist irgendwie interessant, aber auch irgendwie ein bisschen weird. Hm. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr von diesem Berg haltet. Mich mal interessieren. So, und jetzt geht's bei Nacht in dieses Gebäude. Da bin ich ja da mal richtig gespannt. Oh ja, das ist schön beleuchtet. Das sind diese Lampen da drüber, die das beleuchten. Aber eine sehr gute Farbwahl hier mit Grün und Rot. Lügt super stimmig. Ja, das ist cool beleuchtet. Und dann scheint der Mond hier noch oben durch. Megaschön. Hier unten wäre vielleicht noch ein bisschen Beleuchtung. Obwohl, hier ist beleuchtet. Aber hier die Treppe vielleicht. Nicht, dass die Leute hier nützen oder hinfallen. Das wäre ja nicht so cool. Und damit sind wir am Ende von Weg 5 angekommen. Hier geht's zu Weg 6. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Denn ich glaube, das Video ist schon relativ lang. Hat mir aber wieder richtig viel Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Part von Orbis Terrarum Natura fandet. Und ich setze nochmal Abschluss diesen coolen Luftballon an. Sieht ja auch echt nice aus. Ich frag mich, ob der aus dem Workshop ist oder selbst gemacht. Werden wir aber alles noch erfahren, denke ich. Am Ende, in der letzten Folge. Ist richtig cool. Hier sind sogar so Sandsäcke, so ein Feuerchen. Das ist schon mega, mega nice gemacht. So, ich mach mal den Blick hier drauf. Und dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst es mich mit einem Like wissen. Und natürlich gibt es in dieser Folge auch wieder 3 15 Euro Amazon-Gutscheine zu gewinnen. Und um diese zu gewinnen, müsst ihr einfach folgende Frage beantworten. Und einfach die Antwort unten in die Kommentare schreiben. Welche Farbe hatte das Auto im Ameisenbär-Gehege? Ich drücke allen, die teilnehmen, natürlich die Daumen. Und in der nächsten Folge werde ich die 3 Gewinner bekannt geben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandi.